Surah 42, As-Shura, die Beratung, offenbart zu Mekka 53 Ayat. Im Namen Allahs des All-Erbarmers des Barmherzigen, Khamim, Ein-Sin-Kaw. So offenbart Allah, der Erhabene, der Allweise, dir und denen, die vor dir waren. Sein ist, was in den Himmeln und was auf Erden ist, und er ist der Allerhöchste, der Allmächtige. Fast neigen sich die Himmel, um von oben her zu brechen, so auch, wenn die Engel ihren Herrn mit seiner Lobpreisung verherrlichen und Vergebung für die auf Erden erflehen. Siehe, Allah ist wahrlich der Vergebende, der Barmherzige. Und jene, die sich Beschützer außer ihm nehmen, Allah gibt auf sie Acht. Und du bist nicht ihr Wächter. Und so haben wir dir den Koran auf Arabisch offenbart, auf dass du die Mutter der Städte warnest und alle rings um sie und auf dass du sie vor dem Tage der Versammlung warnest, über den kein Zweifel herrscht. Eine Gruppe wird im Paradies sein und eine Gruppe im flammenden Feuer. Hätte Allah gewollt, hätte er sie zu einer einzigen Gemeinde gemacht. Jedoch lässt er in seine Barmherzigkeit ein, wen er will. Und die Ungerechten werden weder Beschützer noch Helfer haben. Oder haben sie sich etwa Beschützer außer ihm genommen? Doch Allah allein ist der Beschützer, und er macht die Toten lebendig. Und er hat Macht über alle Dinge. Und über was immer ihr uneins seid, die Entscheidung darüber ruht bei Allah. Das ist Allah, mein Herr. Auf ihn vertraue ich, und zu ihm wende ich mich. Der Schöpfer der Himmel und der Erde. Er hat aus euch selbst Gattinnen für euch gemacht und Paare aus den Tieren. Darum vermehrt er euch. Es gibt nichts seinesgleichen, und er ist der Allhörende, der Allsehende. Sein sind die Schlüssel der Himmel und der Erde. Er erweitert und beschränkt dem die Mittel zum Unterhalt, den er will. Wahrlich, er ist der Allwissende aller Dinge. Er verordnete für euch die Religion, die er Noah anbefahl und die wir dir offenbart haben und die wir Abraham und Moses und Jesus anbefohlen haben. Nämlich die, in der Einhaltung der Religion treu bleiben und euch deswegen nicht zu spalten. Harad ist für die Götzendiener das, wozu du sie aufrufst. Allah erwählt dazu, wen er will, und leitet dazu den, der sich bekehrt. Und sie zerfielen erst dann in Spaltung, nachdem das Wissen zu ihnen gekommen war, denn unter ihnen entstand selbstsüchtiger Neid. Und wäre nicht bereits ein Wort von deinem Herrn über eine bestimmte Frist ergangen, wäre gewiss zwischen ihnen entschieden worden. Wahrlich, jene, denen nach ihnen das Buch zum Erbe gegeben wurde, befinden sich in bedenklichem Zweifel darüber. Zu diesem Glauben also rufe sie auf und bleibe aufrichtig, wie dir befohlen wurde und folge ihren persönlichen Neigungen nicht, sondern sprich, Ich glaube an das, was Allah an Buch herabgesandt hat und mir ist befohlen worden, gerecht zwischen euch zu richten. Allah ist unser Herr und euer Herr, für uns unsere Werke und für euch eure Werke. Kein Beweisgrund ist zwischen uns und euch. Allah wird uns zusammenbringen und zu ihm ist die Heimkehr. Und diejenigen, die über Allah streiten, nachdem er gehört worden ist, deren Beweisführung vor ihrem Herrn ist nichtig. Auf ihnen ist Zorn und ihnen wird eine strenge Strafe zuteil sein. Allah ist es, der das Buch mit der Wahrheit und der Gerechtigkeit herabgesandt hat. Und wie kannst du es wissen? Vielleicht steht die Stunde nahe bevor? Diejenigen, die nicht an sie glauben, wünschen sie zu beschleunigen. Die aber, die an sie glauben, haben Furcht vor ihr und wissen, dass es die Wahrheit ist. Wahrlich, diejenigen, die an der Stunde zweifeln, sind weit in die Irre gegangen. Allah ist gütig gegen seine Diener. Er versorgt, wen er will. Und er ist der Starke der Erhabene. Dem, der die Ernte des Jenseits begehrt, vermehren wir seine Ernte. Und dem, der die Ernte dieser Welt begehrt, geben wir davon, doch am Jenseits wird er keinen Anteil haben. Oder haben sie etwa Partner, die ihnen eine Glaubenslehre vorgeschrieben haben, die Allah nicht verordnet hat? Und wäre es nicht bis zum Urteilspruch aufgeschoben worden, wäre zwischen ihnen schon gerichtet worden. Und gewiss, den Frevlern wird eine schmerzliche Strafe zuteil sein. Du wirst die Frevler in Furcht sehen wegen dem, was sie begangen haben, und es wird sicherlich auf sie hereinbrechen. Jene aber, die glauben und gute Werke tun, werden in den Paradiesgärten sein. Sie sollen bei ihrem Herrn alles finden, was sie begehren. Dies ist es, wovon Allah seinen Dienern die Glauben und gute Werke tun, die frohe Botschaft gibt, sprich, ich verlange von euch keinen Lohn dafür, es sei denn die Liebe zu den Verwandten. Und dem, der eine gute Tat begeht, verschönern wir sie noch. Wahrlich, Allah ist allverzeihend dankbar. Oder sagen sie etwa, er hat eine Lüge gegen Allah ersonnen? Wenn Allah so wollte, könnte er dein Herz versiegeln. Doch Allah löscht die Falschheit aus und bewahrt die Wahrheit durch seine Worte. Wahrlich, er weiß recht wohl, was in den Herzen ist, und er ist es, der Reue von seinen Dienern annimmt und Sünden vergibt und weiß, was ihr tut. Und er erhört diejenigen, die gläubig sind und gute Werke tun und gibt ihnen noch mehr von seiner Gnadenfülle. Den Ungläubigen aber wird eine strenge Strafe zuteil sein. Und wenn Allah die Mittel zum Unterhalt für seine Diener erweitern würde, so würden sie übermütig auf Erden sein. Doch er sendet seine Gaben in dem Maße hinab, wie er es will. Denn er kennt und durchschaut seine Diener recht wohl, und er ist es, der den Regen hinabsendet, nachdem sie zweifelten und seine Barmherzigkeit ausbreitet. Und er ist der Beschützer der Preiswürdige. Und zu seinen Zeichen gehört die Schöpfung der Himmel und der Erde und jeglicher Lebewesen, die er beiden eingegeben hat. Und er hat die Macht dazu, sie allesamt zu versammeln, wenn er will. Und was euch an Unglück treffen mag, es erfolgt aufgrund dessen, was eure Hände gewirkt haben. Und er vergibt vieles. Und ihr könnt auf Erde nicht siegen, noch habt ihr einen Freund oder Helfer außer Allah. Und zu seinen Zeichen gehören die wie Berge auf dem Meer fahrenden Schiffe. Wenn er will, so kann er den Wind stillhalten, sodass sie reglos auf seiner Oberfläche liegen. Hierin sind wahrlich Zeichen für jeden Standhaften, Dankbaren. Oder er kann sie untergehen lassen, um dessen Willen, was sie begangen haben. Und er vergibt vieles. Und damit jene, die über Allahs Zeichen streiten, begreifen, dass sie keine Zuflucht haben. Und was euch auch immer gegeben wird, es ist nur ein vorübergehender Genuss dieses irdischen Lebens. Und das, was bei Allah ist, ist besser und dauerhafter für jene, die glauben und auf ihren Herrn vertrauen. Und für jene, die die schwersten Sünden und Schändlichkeiten meiden und, wenn sie zornig sind, vergeben. Und für jene, die auf ihren Herrn hören und das Gebet verrichten und deren Handlungsweise eine Sache gegenseitiger Beratung ist. Und die von dem spenden, was wir ihnen gegeben haben. Und für jene, die sich wehren, wenn ihnen Gewalt angetan wird. Die Vergeltung für eine Übeltat soll ein Übel gleichen Ausmaßes sein. Dessen Lohn aber, der vergibt und Besserung bewirbt, ruht sicher bei Allah. Wahrlich, er liebt die Ungerechten nicht. Jedoch trifft kein Tadel jene, die sich wehren, nachdem ihnen Unrecht widerfahren ist. Tadel trifft nur solche, die den Menschen Unrecht zufügen und auf Erden ohne Rechtfertigung freveln. Ihnen wird eine schmerzliche Strafe zuteil sein. Und wahrlich, wer geduldig ist und vergibt, das ist gewiss eine Tugend der Entschlossenheit in allen Dingen. Und wen Allah irreführt, für ihn gibt es keinen Beschützer. Und du wirst die Frevler sehen, wie sie, wenn sie die Strafe sehen, sagen, gibt es denn keinen Weg zur Rückkehr? Und du wirst sie ihr ausgesetzt sehen, gedemütigt, voller Schmach und mit verstohlenem Blick schauend. Diejenigen aber, die gläubig sind, werden sagen, wahrlich, die Verlierer sind diejenigen, die am Tage der Auferstehung ihrer Selbst und ihrer Angehörigen verlustig gegangen sind. Wahrlich, die Frevler sind langdauernder Pein ausgesetzt. Und sie haben keine Helfer, die ihnen gegen Allah helfen könnten. Und für einen, den Allah zum Irrtum führt, gibt es keinen Ausweg. Hört auf euren Herrn, bevor ein Tag kommt, den niemand gegen Allah verwehren kann. An jenem Tag wird es für euch keine Zuflucht geben, noch gibt es für euch irgendeine Möglichkeit, eure Sünden zu leugnen. Kehren sie sich vom Glauben ab, so haben wir dich nicht als deren Wächter entsandt. Deine Pflicht ist nur die Verkündigung. Wenn wir dem Menschen von unserer Barmherzigkeit zu Kosten geben, so freut er sich über sie. Doch wenn ein Unheil sie um dessen Willen trifft, was ihre Hände vorausgeschickt haben, siehe, dann ist der Mensch undankbar. Allahs ist das Königreich der Himmel und der Erde. Er schafft, was er will. Er beschert Mädchen, wem er will, und er beschert Knaben, wem er will. Oder er gibt beide, Knaben und Mädchen, und er macht unfruchtbar, wen er will. Er ist allwissend, allmächtig. Und keinem Menschen steht es zu, dass Allah zu ihm sprechen sollte, außer durch Eingebung oder hinter einem Vorhang oder indem er einen Boten schickt, um durch sein Geheiß zu offenbaren, was er will. Er ist erhaben allweise. Und so haben wir dir nach unserem Gebot ein Wort offenbart. Weder wusstest du, was die Schrift noch was der Glaube ist. Doch wir haben sie, die Offenbarung, zu einem Licht gemacht, mit dem wir jenen von unseren Dienern, denen wir wollen, den Weg weisen. Wahrlich, du leitest sie auf den geraden Weg, dem Weg Allahs, dem alles gehört, was in den Himmeln und was auf Erden ist. Wahrlich, zu Allah kehren alle Dinge zurück.